und dann geht es wohl hier unten weiter ja, hier gibt es Gold und da gibt es mal wieder einen Sniper Auge um Auge so, tot dem okay, wieder den Haupt ah ja, diesmal sitzt zwei Spawner das könnte dann etwas lustiger werden so, einmal im Kreis genau oh, ein Krieger das ist jetzt nicht ganz so gut ah, das ist doch viel schlechter wow, au so, ein Spawner weg weg mit den Bogenschützen und den Snipern wecken ja, ist schon recht so, dann vernichten wir den mal ja, ich habe gerade seinen Teil auf ihn zurückgeschleudert wie geht denn das eigentlich? ist das Glückstreckenfall, wenn man den Gegner zurückschleudert also den Angriff auf den Gegner den Fernkampfangriff so okay, das hier ist One Way wir haben immer noch zwei Leben wir haben voll also kann ich Essen ruhig zerhauen gut Essen verschwenden wow genau okay, wieder Lila Spawner wahrscheinlich ach, nur zwei ja, von mir aus so weg mit dem Magier so weg mit dem einen Aus Spawner genau, ich kann einfach so die Projektile der Magier zurückwerfen wie auch die Gegner so, du explodierst schön während ich mich um den Magier kümmere Dankeschön so, und den Spawner wegmacht so sehr schön so Essen und noch mehr Gold finde ich toll und ein Spawner, der mich umhaut äh ja ein Magier genau explodiert neben dem Magier und beschädigt auch gleichzeitig den Spawner wow äh, viel zu viele Gegner er kommt her so genau, einmal durch den Spawner durch au okay das wird jetzt wieder etwas knapper was vorsichtig sein die Mumien weg und weg mit dem Beschwörungsstein so genau so hier komme ich am besten wie durch genau so ich glaube nämlich nicht, dass ich Fallen blocken kann so oben oder unten oben oder unten oben scheint es weiter zu gehen deswegen gucke ich unten in der Hoffnung, dass unten noch ein Schlüssel irgendwo liegt und sogar eine Spawn-Mumie äh, eine Kron-Mumie liegt da rum so eigentlich mache ich mit meinem normalen Angriff weg wenn ich nicht gerade umzingelt werde, geht das nämlich und ja, es war ein Schlüssel hier dabei sehr schön okay weg mit den Magiern ich kann nicht anhauen, dann explodierst du und nimmst deine Kumpels mit so, einmal hier durchdäschung kann ich dir erlauben so und so okay noch noch eine Tür aber wahrscheinlich gibt es hier den Schlüssel jawohl Schlüssel okay, das Spiel ist in der Hinsicht auch ziemlich nett ich hätte nämlich jetzt den Schlüssel da unten benutzen können und dann den Schlüssel von da unten hier oben so hier durchdäschung und hier durchdäschung so ah, die Jungs wieder die können einfach gegen mein Schild hauen oh ja äh, was kann ich hier denn anstellen tragen ach so ein Rätsel das könnte nützlich sein okay jetzt könnte ich sterben jetzt könnte ich sterben, wenn ich nicht aufpasse so ich mach am besten erstmal die ganzen Spilettis hier weg so mach den Krieger weg und den da weg ich glaube, das behalte ich und der dasht mal wieder so weg mit dem Spor wow okay, über die Dinger kann ich gar nicht drüber laufen gut zu wissen au und da war ich wieder mal übermütig aber ich hab viel Leben also ist das halt so wild gut, ich hab die Krone nochmal gekriegt so das heißt, ich brauch diese Dinger hier diese Anubisköpfe okay und immer wenn ich einen dahin bringe kommt ein neues Spawner au das ist jetzt unfair na kommt her so ich wechsle den Spawner und dann hole ich jetzt die Statue von da drüben da dürfte nämlich gleich wieder ein Spawner auftauchen wahrscheinlich genau okay was für ein Spawner taucht jetzt auf ah, wieder so einer so ja genau auf den Magier zurückgeworfen das war sehr cool das müsste ich öfters machen das Schild zu ausnutzen okay kein neuer Spawner und das Ende dieses Levels das war schon mal sehr gut das war schon mal sehr gut gold und fortfahren verdichtet 10 mal essen sehr schön Auge um Auge blöcke 10 geschossen mit dem Schild ab abgeblockte geschossen werden auf den Angreifer zurückgeworfen ja genau das hier habe ich freigeschalten Murmienbitzinger bei Gesundheit unter 30% sämtliche erlittener Schaden 50% reduziert wow krass krass okay wieder mal der Tod wow au ja ich muss schon gucken dass ich in die richtige Richtung blocke und dass mich der Tod nicht kriegt genau dieser nämlich wow ja sehr schön zum Glück durfte ich mal in dem Leben behalten so die ich aus dem letzten Dungeon gesammelt hatte so Geist weg Geist weg und durch diesen Raum da Kopfschieß okay das war nicht so schön so block die weg ja nicht ausweichen ausweichen ist eine blöde Idee zurückschlagen ist die bessere Idee so und hier schnell raus so weg okay wir haben fast schon wieder ein neues Leben gekriegt okay so äh das ist weniger schön so hier ist der Schlüssel dann können die hier an das Geld äh an das Essen wow das war knapp äh ah so die beiden weg der Tod kann ruhig da drüben bleiben ah nein das war die falsche Richtung Geh weg Tod so ist es besser und die Krone jawoll ich glaube das behalte ich ah der Tod ist wieder hinter mir ja die Skelettmännchen ah ah das war jetzt aber knapp die Krone hätte ich gern wieder dankeschön so weg mit euch am nervigsten sind echt diese Gespenster so eine ist weg das könnte nützlich sein so der Tod ist gerade wieder verschwunden so ich habe Essen ich habe Essen ich habe noch mehr Essen ich habe den Tod wieder am Hals so verschwinde mal bitte kurz dankeschön mir das Essen dann nämlich auf noch zerhauen okay wenn ich mit dem Rücken natürlich zum Gegner stehe ist das nicht so passend so so